hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir in diesem video geht es um meine parfumsammlung ich habe super viel da es war oder ist immer wieder mal was neues dazu gekommen auch limited edition oder mausboxen oder so weiter aber selber habe ich mir jetzt schon ewig eigentlich nichts gekauft ich habe mich jetzt nur mal bequem hingesetzt und ich würde sagen los geht's ich habe hier auf jeden fall noch was auf dem schminktisch stehen und die zeige ich euch zuerst und dann geht's weiter da habe ich jetzt einmal von boys the sand eine kleine variante das war glaube ich auch mal bei duplass oder so dabei oder im kalender oder so weiß ich jetzt gar nicht mehr genau dann habe ich hier auch so eine sprays jetzt habe ich gespuckt passt heute schon wieder von pussy deluxe ich kann nicht mehr reden und zwar das cookie cat das ist für mich eigentlich auch so ein parfüm weil die relativ stark auch immer sind dann noch von pussy deluxe dieses london so sieht das aus dann habe ich hier noch ein von juniper lane moonflower genau das habe ich mir auch mal geholt beziehungsweise hatte ich auch eins noch in der box ich glaube ich habe das noch mal da dann hatte ich mal vor jahren auch mal welche bei rossmann ergattert da war so 75% auf alles was man mal umgebaut haben und da habe ich alles sozusagen gekauft was ich bekommen habe und auch super viel geld da gelassen und da sind jetzt auch noch einige paar farms dabei ansonsten habe ich großteils schon fast alles aufgebraucht was ich da mal gekauft hatte genau da habe ich hier dieses kiss noch davon da dann hier dieses wow und dieses mit dem glücks klee habe ich ja gerade mit anwendung und eins habe ich schon davon aufgebaut also da gab es mal vier sorten von dann habe ich noch da von christina aguilera dieses woman dann habe ich hier noch so ein kleines herz nicht wundern hier so bobby pins und haargummi mit drin keine ahnung warum ein kleines herz hatte ich mal geschenkt bekommen dann habe ich noch zwei von essens like a day in paradise gibt so nicht mehr und essens like a jump in the pool genau so mit kleinen varianten finde ich eigentlich gar nicht so schlecht dann habe ich hier noch diesen v den habe ich auch noch nicht benutzt gehabt ich kann ja euch mal die performance sammlung von vor ein paar jahren verlinken die war super gehypt muss ich sagen dann habe ich hier von david doff cool water dieses central essence genau dieses goldene da mit 30 ml drin dann habe ich hier eins von naomi campbell das wild pearl mit 15 ml also teilweise sind die wirklich alle von douglas und co dann das 07 for women das war ja genau so sieht das aus in 30 ml dann noch mal dieses moonflower von juniper lane ich kann diesen namen nicht aussprechen genau dann was auch super altes und ich glaube ich mal gewonnen hatte oder in einer glossy box young beauty drin hatte dieses playboy player weirs und auch unbedingt eigentlich mal testen beziehungsweise mal aufbrauchen dann von der glow hatte ich auch mal gewonnen dort von christina agulera das bei night das ist für mich wie gesagt auch wie so ein parfüm genau dann habe ich hier noch dieses ich glaube das sieht ein bisschen anders aus keine ahnung wie das jetzt heißt dieses hier auch von christina agulera dann habe ich dieses max black dann von david of cool water dieses ganz normale blaue in der größe mit 100 millilitern dann eins von biotherm und zwar das low so genau so sieht das aus dann habe ich hier eins von bruno banani dieses dangerous woman das alles alle gut noch verpackt muss ich sagen dann playboy queen of the game ja wie ihr seht ein bisschen stauig schön über mein haupt dann style hier von jean pierre sen das war auch mal von meiner oma als geschenk genau dann noch eins von playboy und zwar das play pinup collection so dann habe ich hier noch eins von urig de waren dieses mini love ich glaube diese sorten gibt es glaube ich aktuell wieder ich glaube die gab es mal eine zeit lang nicht aber ich weiß es nicht zu 100 prozent dann von bruno banani das made for women dann habe ich hier eins und zwar von the beauty to go o twist secret sunlight dann mal aus einer box gehabt dieses low the rose dann von esprit oder spirit of tender secrets damit dann habe ich hier noch gott 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 staub ich ohne ende von la rive dieses pearl dann haben wir hier noch von betty barkley dieses pure pastel rose ich weiß nicht ob man das erkennen kann also das ist das rosa ich finde es ganz schön dann von deken wine dieses apfel oder dieser apfelduft besser gesagt dieses grüne dann habe ich hier noch auch schon super alt von victoria secret dieses spray in sheer love dann haben wir hier noch so einen totenkopf so sieht der aus das war mal von john piacent 100 milliliter habe ich auch mal geschenkt bekommen das ist glaube ich schon mal vom 123 tv dann hier dieses fahrrad mit jeweils 50 millilitern das war mal sport champions day und sport champion night dann dieses gift of love keine ahnung von welcher marke steht hier auch nicht ja so sieht das aus dann haben wir hier noch bruno bagnani daring woman dann boss orange von hugo boss dann haben wir hier noch von john per cent dieses san paris ähm dieses ja sektglas dann habe ich hier noch christina aguilera by night noch als parfüm dann von mel mario so ähm it's glamour time und als letztes ja als letztes habe ich hier das ice touch von max genau also auch sehr sehr viel aber ähm gar nicht getestet noch nicht die sind alle zu die lasse ich auch zu bis ich halt die dann verwende und ja ich hoffe euch hat das video gefallen lasst doch gerne einen daumen da oben da oder kommentiert auch gerne und ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal tschüss